Radio Arabella präsentiert China Magic Festival des Lichts, die Europa-Premiere in Wien. Tauchen Sie ein in eine Welt der Wunder. Faszinierende, hellerleuchtete Kunstwerke aus Seide und Bambus. Von 1. September bis 9. Oktober auf der Donauinsel in Wien. Alle Infos und Tickets unter luno-festival.at Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020